Hallihallo und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Endergames auf dem GOM-HD-Server. Ich befinde mich derzeit noch in der Lobby. Wir suchen uns jetzt direkt mal einen Server aus und ich weiß auch gar nicht warum ich in der Lobby starte, aber ich starte einfach in der Lobby. So, ich werde mal das Kid Suppenmeister nehmen. Habe ich mir so jetzt entschlossen. Und ich muss noch kurz den Ton noch ein bisschen leiser stellen. Das ist mir ein bisschen zu laut. Das gefällt mir nicht. Hier so, ein bisschen leiser machen, damit wir auch uns von den Endergeräuschen nicht erschrecken. Das wird mir schon öfters passiert. So, also die Aufnahme ist jetzt einfach so mal gestartet. Ohne jeglichen, ohne jegliche Vorbereitungen. Vlogs, ja tatsächlich. Lustig. So, dann gucken wir uns mal, dass wir direkt ein Schwert bekommen. Hoffe es auch einfach mal. 4, 3, 2, 1. Los geht's! Nein! Oh, wir haben gar nichts bekommen. Das ist natürlich ärgerlich. Ah, das ist direkt der Truhe. Die möchte ich mir direkt gerne abgreifen. Da ist ein bisschen Weizen drin. Scheiße. Das ist nicht gut. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche bis zwei Eisen. Oh, Gott sei Dank. Hätte ich jetzt das eine Eis in der Truhe bekommen, hätte ich jetzt schon zwei Eisen. Das ist natürlich ärgerlich. Verdammt. Nein! Ich brauche nur eine Kiste. Kiddy. Ich schreibe auch einfach grundlos mal irgendwelche Sachen in den Chat. So. Das ist Biom gefällt auf jeden Fall schon mal sehr. Da ist noch eine Truhe. Das sind noch zwei Truhen. zwei Diamanten. Geil. Richtig geil. Das ist direkt ein Diaschwertkorfen. Richtig gut. So. Die Reste mache ich auch noch mit. So, dass mich niemand überrascht. Die Mausempfindlichkeit ist einfach so hoch bei meiner Maus. Das ist so übel. Nein! War da nicht gerade noch eine Truhe? Hä? Nein, ich brauche den Kompass da. So. So ist gut. 81 Blöcke. Das Flinted Steel kommt da hin. Und die Enderperlen kommen hier hin. Falls ich Hunger bekomme. Die Werkbank nehme ich doch noch mal mit, weil ich möchte ja nicht noch mal einen Baum fällen und mir eine neue Werkbank craften. Hier gehe ich auf das erste Mal auf die Suche nach Titz03. Dass wir den mal richtig schön hier am Anfang auf die Fresse geben. Hoffentlich. Ich. Ah, ich sehe das schon. Oh mein Gott, da hat Rüstung. Komm ich irgendwie hoch? Oh mein Gott. Da hinten. Oh, da. Da fighten sie. Yes! Geil. Sehr gut. Rüstung anziehen. Uiuiui. Bogen. Bogen. Nein. Oh mein Gott. Oh, da, 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 da. Scharfen ist eins, die ja. Geil. Bergbank. Eisenbrustpanzer-Craften. Uiuiuiui. Nein. Was mache ich denn? So. Alles cool. Ich habe ja noch Werkbänke. Dann gucken wir mal, wo der nächste ist. Ich muss mal dazu sagen, ich habe noch nie eine Runde Ender Games gewonnen. Das ist so übel. Ich habe noch nie gewonnen. Das ist richtig krass. 35 Blöcke. Nein. Oh, jetzt wurde ich getauscht. Das ist nicht fair. Geil. Oh je. 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 So. 56 Blöcke. hatte gar keine ausrüstung mit dem falsch so fresse guck mal hinter dich sehr gut so muss es sein den nehme ich mal mit falls wir fliehen müssen wir haben acht eisen wir haben genug werkbänke dann kauft uns nach und nach einer eisenrüstung 128 blöcke befindet sich paul 210202 und dann gucken wir mal und zu tun die nachts blöcke ich habe es drei sekunden zeit wenn so lange welche stelle portiert ok da ist was 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 holy moly ach du scheiße ach du scheiße hätte ich die suppe nicht gehabt freunde was zu essen nein was mache ich denn der kommt gleich von oben achtung der ist 81 blöcke entfernt what the fuck ich bin gerade ein bisschen angespannt leute sorry dass ich nicht so viel rede aber dieser eine typ da mit der null ausrüstung kommt immer wieder davon ne das ist ja nicht mal also bam bam ich hab gewonnen ja ich hab das erste mal gewonnen ja geil ui 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 ja huhu ich hab das erste mal in der games gewonnen yes haha geil hui das hat Spaß gemacht hoi ui ui und boah ich hab das kit noch bekommen gott's Chevdank Ich werde immer noch ein anderes Kit nehmen Je nach Aufnahme Gutes Deutsch Ähm So 20 Sekunden, wie lange geht denn die Aufnahme schon? Acht Minuten, ich habe kaum was geredet Meine Audiospur ist vollkommen leer Ohne meine schöne, sanfte Stimme Nein, Spaß Ich persönlich finde meine Stimme hässlich Aber Ich weiß, dass sie nicht hässlich ist Weil man sie ja anhören kann Nein, okay Ich habe das Deck bekommen Das würden ja Leute, die mich meine Videos anschauen Guck mal, guck mal Das ist schon einer mit dem Standard-Kit Bam Was macht ihr alle hier? Äh Hat er die Kiste nicht gesehen? Cool Ein Bogen Ach du Scheiße Es sind ja so viele Leute schon mit diesem Standard Mit dieser Standard-Ausrüstung Uiuiui Vor Fehlfaltzimmer Eine Truhe Für Eisen Bist du weißt ja Einen Diamanten Aber hier ist schon Ende der Karte Das ist doof Ich stimme aber zu Na, am Ende der Karte ist Dann bekommt man einen gewösen Effekt Ich habe genügend Pfeile Ich könnte auch welche mit dem Bogen töten Eventuell Und ich habe ein was Ein Labe-Eimer Oh ja Noch mehr Pfeile Okay, ich muss jetzt irgendjemanden töten mit dem Bogen Das wird Oh mein Gott Wie geil war das denn? Ich bin der Bogenmeister Ich töte euch alle mit meinem Bogen Ich brauche kein Schwert Ich habe meinen Bogen Die sind unzertrennlich Oh mein Gott Sollte ich mich mal ein bisschen ausrüsten Ja, geil Ich bin nur angespannt bei den Kampfsituationen Boah Uiuiuiui Oh, ist das alles ganz knapp hier gerade Leckt mich am Arsch Oh So, jetzt muss ich mir schnell hier Ach, das ist nicht dein Ernst Zack Komm schon Wurde ausgetauscht, kann das sein Oh mein Gott Das ist spannend hier mit den ganzen Leuten Okay, das Diaschwert habe ich Bin ich jetzt? Mein Gott ey Leute, sorry wenn ich echt nicht viel rede Aber das Gameplay ist hier einfach nur ultra spannend So Mein Gott ey Ich hatte glaube ich noch nicht so eine lange Runde Spannende Runde Boah, zack Ach wie geil war das denn? Geiler Sniper Schuss, Leute Und da liegt ein Eisenbrustpanzer Na komm, wo ist er? Kann doch nicht sein Da ist er Natürlich als letztes So, geil, geil, geil Geil, 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 geil Das ist echt mega spannend hier Haben wir Erfahrungsbottles? Ne That's That's early Können sie aber auf jeden Fall voll Albe machen Das ist nice Oh, immer ist das Inventar so zugemüllt bei Ender Games Das ist so übel Hallo, Musik Spiel mal einen nächsten Clip ab Das ist so übel Wie einfach hier alles Oh Alles vollgemüllt So, wir gehen jetzt ab in die Richtung Oh, jetzt wurde ich getauscht Ach, nur wir zwei leben noch Ach geil Okay Dann gucken wir mal Ob wir den 130 entfernten Maru-Bären töten Und das zweite Mal hintereinander die Ender Games gewinnen Ist ja mega geil Ah, ich bugge Komm schon Oh mein Gott Wie tief geht denn das Meer? Boah, ich ertrinke ja fast Oh, das sieht nicht gut aus Uiuiuiuiui Ach, wie scheiße ist denn das? Jetzt sind wir hier auf dem offene Meer Aua, Alter Der kann auch gut mit dem Bogen umgehen Ich seh den schon gar nicht mehr Komm mal her Komm mal ran mit der Ender Perle Da soll mal ran kommen jetzt Komm schon Vor allem nett Der hat fast Full 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 Tier Kann man noch Schuhe machen Aber mehr auch nicht Naja gut Ist ein halber Rüstungspunkt mehr Oh Gott Es ist Ah, jetzt ist ich hier an Land gegangen Okay Die Pfeile könnte ich eventuell gebrauchen Aber ich werde kaum Chance haben Mal guck dir mal meine Rüstung an Weil ich trau mich, wie ist es zu ihm ran Ja Geil Nice GG Oh, geil Cool Das war nice Boah, die Runde war richtig geil Das war von einfach bis zum Ende Spannend bis zum geht nicht mehr Uiuiui Das war eine geile Folge Endergames Wenn ihr es auch so geil fandet Lasst gerne eine positive Bewertung da Mir hat es auf jeden Fall sehr stark gefallen Und ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen Und ja Wünsche euch noch einen schönen Tag Und wir sehen uns im nächsten Video wieder Bis dahin sage ich Ciao